Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Nein, ich möchte noch schlafen. Esther, du musst schon aufstehen. Oh, naja. Morgen, liebe Leute. Ich bin Esther und ich möchte euch ein bisschen meinen Alltag anzeigen. Also, was ich alles mache, wie sieht meine morgendliche Routine aus und wer begleitet mich. Also, heute haben wir wieder Montag. Das bedeutet die Schüler. Und ich muss um 6 Uhr aufstehen. Wir können sofort mit dem Frühstück anfangen. Hallo, ich bin Clara, die Schwester von Esther. Guten Morgen, Clara. Guten Morgen, Esther. Hast du gut geschlafen? Ja, aber es ist so oft drin. Ja. Nach dem Frühstück gehe ich ins Bad. Zuerst mache ich mir einen Pferdenschwanz. Dann putze ich meine Zähne und mache ein bisschen das Make-up, weil ich nicht wie eine Blinde. Zur Schule fahren wir, ich und meine Schwester, Rad. Wir fahren um halb acht los. Ich glaube, dass der Weg etwas über zehn Minuten dauert. In der Schule sind wir also ungefähr um vierte vor acht. Der Unterricht fängt um acht Uhr an. Es ist halb zwei. Die richtige Zeit für Essen. Das Mittagessen esse ich in der Schulmensa. Dort können wir zwischen drei Möglichkeiten wählen. Heute haben wir Reis mit Fleisch und einige Soße. Es schmeckt ganz gut. Nach der Schule haben wir wieder frei. Am liebsten chatte ich mit meinen Freunden oder lese ich ein Buch. Clara hat am Nachmittag eine Englischstunde. Es ist vierter vor elf und ich muss schon schlafen gehen. Also gute Nacht. Wir gucken jetzt davon ab. Alter Haar im Nachmittag. Wir gucken jetzt auf einenорошen Tipp. Schenst, das ist ein Schlafen. Ich wünsche mir schnell wie aus. Ich möchte dann mal kurz in den Krebs und Tabern und mich. Es geht mal kurz um sein. Ich erwarte auf die Küche. Ich wünsche dir, wie ich nacht. Und wenn du jetzt schon geliebst. Ich wünsche miru, dass ich jetzt nicht so will. Ich wünsche mir, ich eins bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir, wie einfach, was zum nächsten Mal. Ich wünsche dir, wie ich sie nicht befreut. Das ist ein Mal.